Herzlich Willkommen zurück zu Venya für die Switch, gibt es aber glaube ich auch auf der Xbox und auf dem PC, für Playstation bin ich mir nicht so sicher. Im letzten Part sind wir eigentlich hier nicht stehen geblieben, aber hier ist irgendwo der Speicherpunkt, ich dachte vielleicht bei diesem Minispiel wäre der Speicherpunkt gewesen, aber das Minispiel ist ja eh da oben, deswegen ist das nicht so tragisch. So, das Minispiel haben wir schon letztes Mal gemacht, oh Gott, da kommt irgendwas. Okay, die Pflanze schießt und ich spring drüber. So, äh, da müsste ich hochkommen, ach warte, stimmt man kann ja hier die Welten wechseln, aber, ah doch, hier ist was. Und, oh Gott, okay, das, das wird schwer, oh Gott, ich hab's. Äh, ich würde mal ganz gerne, okay, da ist nichts, das heißt ich kann da drüber springen, genau. So. Äh, oh Gott, ich glaube ich muss nicht beeilen. Oh Gott, oh mein Gott, ich seh nichts. Scheiße, wir sind tot. Okay, das ist schon wieder eine härtere Passage, tatsächlich. Das haben wir lockerer Flockig geschafft und jetzt müssen wir schon hier schnell sein. Oh, rein da, rein da, rein da, rein da, oh Gott. Lauf, 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 oh Gott. Oh Gott. Huhu. Huhu, nein. Oh Gott, ey, alter Schwede. Oh Gott, ich hab, ich hab, konnte nicht mehr atfriken. Oh. So. Und jetzt schnell, 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 schnell. Komm, lauf, 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 lauf. Sehr gut. Rein da. Und rein da. Oh Gott, da bin ich stecken geblieben. Oh Gott, da muss ich springen, okay. Da muss ich springen. So. Hier sollte ich vielleicht auch mal lieber springen. Wer weiß, wer weiß. Hier können wir zum Glück laufen. So, der war gut. Hier springen, oh Gott, das war knapp. Oh. Oh, nein. Ah, Mann, ey. Mann, Mann, Mann. Lauf. Lauf, bitte. So. Schnell, schnell, schnell. Das hätten wir. Perfekt. Hier auch laufen. Hier auch hoch springen. So. Was läuft eigentlich? Uhuhuhu. Okay. Oh. Der Tür der Energie steht vor. Der Verbindungsgebiet der beiden Welten. Der Sohn der Energie hat sich immer die Tür der Energie bewacht. Äh, ja, gutes Deutsch. Auf jeden Fall. Äh, ja. Auf jeden Fall. Ah, da sind Dinger. Oh, nein. Sie, sie, sie verbrennen. Sie verbrennen. Oh, ah. Das, das war das erste Level. Ach so. Ah, cool. Könnte es man, dann könnte man jetzt vielleicht in der Zukunft, machen, dass ich immer ein Level spiele. So gesehen. Also so, so ein Abschnitt halt. So ein Kapitel. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Beziehungsweise wieder. Hier waren wir noch gar nicht. Aber hier ist eine Höhle. Oh, der Sound ist, der Soundtrack ist eigentlich ganz gut. Oh. Okay. Oh mein Gott. Ah, das haben wir geschafft. Uhuhu. Ich geh mal hier hin. Perfekt. Kann ich da drauf? Oh ja, kann ich. Aber, wie, wie, ach so. Ich kann ja noch zwischen den Welten wechseln. Wechseln. Genau. So. Hier können wir warten. Und da springe ich mal auf dich drauf und dann hier hoch. Super. Schließlich entdeckten die Menschen die Existenz des Tores der Energie und gründeten dort eine Stadt. Die Stadt beziehen weiterhin Energie aus der Energiewelt. Die Energiewelt stirbt immer mehr und der Sohn der Energie muss in einen tiefen Schlaf fallen. Äh, okay. Wir sitzen hier. Oh Gott. Okay. Hab verstanden. Oh Gott. Ich dachte, ich könnte nochmal A drücken. Konnte ich nicht. So, das hätten wir. Uhuhu. Schnell. Oh. Oh Gott. So. Das hätten wir auch. Was ist das da jetzt hier? X-Geschichte. Die magische Katze stellt die Verbindung beider Welten wieder her. Also, das Kind der Energie wacht wieder auf. Also, sind wir eine Katze. Nichts kann seine Wut stoppen. Er entscheidet sich mit Energie hier alles zu zerstören. Die Katze wollte nur einfach gehen. Was hier geschehen ist, würde sie nicht gerne sehen. Es reimt sich ja. Sehen gehen. Äh, okay. Äh. Und jetzt? Also, hier scheint es wohl nicht weiter zu gehen. Oder ich bin blöd. Ach. Okay. Ich hab verstanden. Ich hab verstanden. So. Hier steht nichts. Okay. Lass dich mal so stehen. Oh Gott. Wollte nur gucken, ob man es so besser sieht. Oh. Hier laufen wir einfach mal entspannt lang. Da warten wir mal kurz. Ah, da kommt schon unser Taxi. So. Oh mein Gott. Was? Hier steht auch nichts. Oh. Hier sehen wir jetzt vieles. Okay. Okay. Oh. 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 Okay. Neuer Versuch. So sieht man nichts. Sehr gut. Und hopp. Und dann hier. Und dann sind wir drüben. Sehr gut. Hier ist irgendwie... Höh. So eine Fläche. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Achso. Genau. Gesundheit. Danke, danke. Äh. Wo kam die Fläche? Die kam hier, ne? Ja. Oh mein Gott. Hab's noch geschafft. Ähm. Ein bisschen Angst. Okay. Hier unten ist nichts. Hier ist... Der Schalter. Ah. Achso. Okay. Gibt's nur in dieser Welt. Höh. So. Eindruck ist dieses Ding zu klein für mich. Hier anscheinend irgendwas. Ne, da ist nichts. Komm ich da so drauf? Tatsächlich komm ich. So. Dann warten wir mal eben auf den Stein. Kommt der Stein? Oh Gott. Da. Da kam er. Da kam er doch noch, ey. Egal. Egal. Yolo. Und hopp. Oh. Hui. Ich bleib mal hier. Weil ich glaube, hier kann ich drüber springen. Da kommt er. Ja. Da kann ich drüber springen. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Das hab ich jetzt erst gesehen. Da oben kommt der nächste. Und hopp. Das schaffen wir auch. Und dann sind wir auch schon wahrscheinlich da. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Läuft auf jeden Fall besser als letztes Mal. Äh. Was steht denn hier? Hier ist nichts? Ne. Da oben war so ein Ding hier. Luftsturm. Ah. Warte. Guck mal. Hier. Schwebe ich nach da. Und dann kann ich nicht nach da hinten schweben. Stück X. Ist das nicht X? Stück X. Okay. Erfreut sich einfach nur. Okay. So. Dann haben wir dich. Ja. Dich haben wir. Super. X. Und jetzt? Achso. So. Jetzt nach unten gehen. Und dem das geben. Bitteschön. Macht ihr noch was? Ja. Tschüss. Ich hab euch gerne geholfen. Wenya spürt die Erschöpfung der Energie in der materiellen Welt. Wenya verwandt die beiden Welten wieder und er weckt den Sohn der Energie. Okay. Also Wenya ist so gesehen. Irgendjemand. Äh. Da. Oh mein Gott ey. Und jetzt wechseln. Uhuhu. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Okay. Eins. Eins. Da ist drei. Aber wieso? Okay. Mann ey. Oh. Oh. Ganz knapp. Okay. Scheiße. Das ist jetzt ein bisschen schwer. Finde ich. Oh Gott. Wie mach ich das denn am besten? Ich weiß es nicht. Ah. Ganz knapp. Ich glaub ich geh erstmal durch vier. Ich glaub vier ist ein bisschen leichter tatsächlich. Ja. Vier ist leichter. Dann drei. Und dann rüber. Oh Gott ey. Oh. Da hätt ich rüber springen können. So. Oh Gott. Ist das rutschig. Oh Gott. Ich wohl teleportier da einfach. Das ist ja hier auch ein Witz. Okay. So. Das hat man geschafft. Da steht wieder nichts. Das ist wahrscheinlich einfach ein Speicherpunkt. Okay. Eins. Und vier. Eins. Ich springe runter. Weil ich irgendwie keinen Doppelsprung hatte. Sehr, sehr interessant. Oh. Vier. Aber. Aber. Was. Ach. Da ist fünf. Okay. Ich hab fünf gesehen. Ich hab fünf gesehen. Leute. Fünf. Habe ich gesehen. Oh. Ich konnte wieder keinen Doppelsprung machen. Das verstehe ich manchmal noch nicht. Wieso es manchmal geht und manchmal nicht. So. Jetzt. Mit der Ruhe. Und. Ne. Jetzt. Jetzt muss ich eher. Oh mein Gott. Wir bleiben mal eben so. Spring da rein. Spring hier rein. Spring nochmal zurück. Weil ich in Panik war. Und spring hier rüber. Oh Gott ey. Meine Hände schwitzen von diesem Spiel ey. Oh Gott. Ich konnte nicht a-drücken. Oh. Nervt mich das. So nochmal. Okay. Ich glaube ich springe diesmal zu drei. Vielleicht ist das einfach leichter. Das könnte natürlich auch sein. Oh Gott. Da habe ich zu früh a-gedrückt glaube ich. Ach man. Ich hätte es doch fast geschafft. Leute. So. Oh. Ich habe schon a-gedrückt. Mann. Ich darf nicht direkt a-drücken. Wenn ich da rausspringe. Das ist mein großer Fehler. So. Seht ihr das? Okay. Ich springe erst mal zu drei. Ich springe zu drei. Das ist mir erst mal sicherer. Erscheint mir sicherer. Zumindest. Ach. Da habe ich schon wieder zu viel a-gedrückt. Ah. Ach. Da habe ich wieder viel zu viel a-gedrückt. Ich darf nicht direkt a-drücken. Wieso will ich denn direkt a-drücken? Ich verstehe es nicht. Ich sage die ganze Zeit. Ne. Drück kein a. Ah. So. Jetzt aber. So. Hui. Ich mache nochmal hier. Hoppi. Hoppi. Ah. Ich konnte kein a-drücken. Das ist ein witziges Spiel. Ach. Mann ey. Jetzt sehe ich hier auch nichts. So. Ich spring nochmal rüber. Oh. So. Und wechseln. Ah. Mist. 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 Komm. Diese Passage möchte ich eigentlich noch ganz gerne schaffen. Immer mit der Ruhe. So. Nochmal hier Ruhe tanken. Nochmal Ruhe tanken. So. Und. Zack. Oh. Gut. Wir haben es. Der Sohn der Energie hasst die menschliche Stadt. Die die beiden Welten trennt. Der wiedererweckte. Der Sohn der Energie hat alles zerstört. Ah ja. Okay. Oh. Schön. Aber sieht schön aus. Sieht echt schön aus. Drück X. Drück X. Oh. 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 Wie lange geht das? Achso, ich kann es jederzeit melden. Okay. Ja gut. Ja gut, Leute. Dann war es das eigentlich. Das war ein schöner Abschluss. Wir sehen uns morgen wieder. Äh. Vielleicht morgen nicht direkt so, wenn ja. Aber wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Dann machen wir diesen... Dieses Schlossi oder so. Mal gucken, mal gucken. Hier nochmal eine Ruine. Oh, sehr schön. Ich mag Ruinen. Ja, bis dann. Ne? Rechts ist die Playlist. Links das neueste Video. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.